aber mein freund das ist kein silber das ist gold wunderschönen guten morgen heute wieder auf dem agger auf dem gegrubberten und scheiße untergegrubberten agger mit dabei ist philippo de sondler da rennst du wieder vorne weg da wollte er eigentlich mit guten morgen sagen wollte er nicht klar wolltest du das manchmal ist der komisch was willst du dazu sagen jetzt hatte ich gerade ein bisschen schrott und das erste was hier kam war ein ohrenschlüssel das ist die nummer eins an ich nenne es mal verwertbaren nummer eins ohrenschlüssel es geht weiter mit einer kleinen münze und guckt mal chiliöl chili spray hast du dir gedacht das ist mein spukeneppel 2.0 ohne elektro die samen arsch alter silber ist das geil geil ein halber silbergroschen so muss es sein alter ist das geil zweites verwertbares richtig schönes signal und was haben wir scheiteminze 1800 1800 ich drehe euch mal ein stück runter her damit ich auch was sehe ob es scharf ist oder nicht scheiteminze 1856 sachsen halber neukroschen fünf pfennig hallo die waldfee so kann es weitergehen das nächste hat nicht lange auf sich warten lassen nächste münze ok selber das sieht aus 1 pfennig 1800 und 31 oder sowas sieht das aus ja mensch du alte kriege stelle scharf 1831 sehr schön also so macht es spaß können wir mal eins zusammen machen 88 in der öffnung das wackelt nicht so doller das war recht schwach was haben wir hier ich glaube ich sehe es schon nicht sehe es nicht also es hat gerade schon gejault na wo denn nun hinten mut eine kuh die muhkuh was haben wir hier nicht das ist wieder schratt klasse das hätte ich gerade gar nicht vervoll genommen hier fast gar nicht vervoll genommen das kleine ding aber das scheint ein knopf zu sein ein mikro knopf und so ist es philipp findet wurstsippel ohne ende gott sei dank da liest er mir die wenigstens aus der bahn also kleines knöpfchen ein mikro knopf wo ist er denn jetzt hin hier alles das geil hintereinander weg hier so stelle ich mir einen richtig geilen acker vor knopf ein knopf haben wir da was drauf ersehen bronzer ein ersehen bronzer knopf ohne öse das habe ich schon gesehen da haben wir sie also die nicht öse sehr schön weiter geht's als nächstes ein messerstiel messerstiel aluminium mit irgendeinem fischgrätmuster drauf hier ok ein n60er wert hier in diesem ding ist es drinne ich würde fast sagen das ist das ding ein stein gelumpe jetzt kommt wieder was ganz kleines zum vorschein hier weiß ich nicht knopf oder minze ich würde sagen ein knopf ein kleiner knopf kleiner knopf ohne öse das verziert das ist ja schön ist da auch sogar vergoldet am rand sehe ich das also da ach schade da waren wir vergoldet erkennt man bloß noch ganz schlecht hier das geriffelte am rand stand da sogar mal was drauf nee also geriffelt am rand vergoldet und hier hupt es wieder da wollen sich wieder die kollegen mitteilen die sind nämlich auch gerade unterwegs alle und der nächste minze oder knopf ich glaube der philipp hat schon wieder restal gehöre so hier ein vier loch knopf der hat mich jetzt gefragt was denn next one heißt das hast du nämlich auf der baumschule nicht aber jetzt hat man eine spor da kam nur pfeffer nur scheiße jetzt wieder ein knopf ein vier loch knopf aber das ist keiner aus zink das ist gerne aus zink dafür ist er zugute halten er sehen bronze vier loch knopf meine fresse der glänzt risch ja sehr schön und hier haben wir eine schönste der wird die musketen gegögelt die hat einen schönen aufklatscher weg ja das tut weh hörst du das? denkst du das ist ein tiefflieger hier das nächste hier ist der abdruck ich weiß nicht ob er es erkennt der abdruck und hier die dazugehörige minze sieht aus wie reichspfennig ist es reichspfennig? das wird wohl ein reichspfennig sein nein, was ist denn das hier? ein reichspfennig ok und weiter gehts das ist mal geil wenn es das ist was ich denke ach schade kaputt aber mittelsteg ist noch drin trotzdem mittelsteg und dornen ist noch da aber von der rundung fehlt was schade 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 das wäre ja zu schön gewesen eine kleine schnalle hübsches ding mit dornen aber hier oben fehlt eine Ecke soll denn das sein? eine kleine schuhschnalle oder sowas? ein kniebundschnalle irgendwie sowas in der drehe schade schade aber trotzdem schön und jetzt kommt ein kleines Herzchen das scheint ein Teil von irgendeinem Anhänger gewesen zu sein kleines Herzchen die Stelle suche ich mir noch ein bisschen ab hier vielleicht kommt ja noch was und die nächste Münze kam Münze oder Knopf da ist es sieht aber aus wie DDR Aluminium DDR leicht DTR ja ein Pfennig ein Pfennig 75 und weiter geht's Konstantes 158er na klar filmst du wieder live kommt wieder so eine Scheiße her Hallo eine Pfeilspitze ne Ventil so kleines Ding hier hab's schon gesehen da ist es nächste Münze grün Reichspfennig das ist ja so ein Reichspfennig Acker ich lass die Sonne was drehen ein Reichspfennig sehr schön und als nächstes ein Stück in einer Taschenuhr würde ich vermuten so sieht's aus die Uhr dazu wäre nicht schlecht gewesen aber so haben wir eben bloß das Ding guck mal was der Philipp macht hier der Planet prasselt der Planet prasselt der Planet prasselt sieht wieder Mund ne keine Münze Knopf Arsen Bronzen Knopf ist ja alles drauf ne ah ich dachte gerade hier ist wieder das springende Pferd drauf aber mit Ösen sehr schön ihr seht Bronzen Knopf mit Ösen und weiter geht's und wieder Teil eines Hufeisens da ist es macht ein lachendes Gesicht heißt es kommt noch ein bisschen was jetzt hat der Philipp gerufen der hat Silber da gucken wir es uns mal an was denn Ring alter heute früh ey 14 Grad oder wie viel das war und jetzt hast du gefühlte 400 Grad boah hierzu läuft da ja alles sag mal oh geil mit in Schrift mit in Schrift mit in Schrift ja kennst du das warte mal ist das meiner hier hab ich den verloren oder was das geht nicht gleich verloren ich verliere mich gleich 53 18.07.53 18.07.53 18.07.53 fast wie meiner dem weiss noch hier oben hier aber mein Freund das ist kein Silber das ist Gold echt? ja sicher da ist so ein Punze drin hier nicht klar 333 haha dein Gold ist das das erste Gold ja nicht klar ja klar das ist geil aber am besten ist die Inschrift geil 53 warte mal das war aufgestellt 333 da unten steht es geil geil das war grad Euphorie schöner Goldring und ich hab einen alten Zinker alter Zinker tot und die nächste Münze ne knapp er sehen Bronze ohne Öse oder mit Zwergenöse ne er sehen Bronze ohne Öse und weiter gehts alle sag grad 97 das kann doch noch scheiße sein setz einen Spaten an Stich und dann ich hab's jetzt gesehen hier ein riesenteil von einer Münze hier geil das werden wieder erste 3 Fänger sein denk ich mal Mensch du Ding stell doch mal scharf hier ich köpfer wieder neues das macht mich alle jetzt blässt ganz leicht 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 also ich hab ja keine Stahlwollefoten was erkennt man drauf? gar nichts das droppt bloß auf den Holz wenn ich jetzt im Auto geh denken die ich hab eingesächt man erkennt nichts drauf schade aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher dass es wieder 3 Pfennigs sind Sachsen naja Gott und auf dem Weg zum Auto kam noch mal eine Münze so wie es aussieht ne Knopf ein Knopf ein Knopfchen ein Knoppelus mit Öse sehr schön Philipp macht los ich mach noch ein paar Meter mal sehen ob noch was kommt und jetzt kommt noch ein Ding ein grünes Ding ach weißt du oder ist das ein Haken gewesen? ein Kleiderhaken ach weißt du oder ist das ein Haken gewesen? ja klar das wird ein Kleiderhaken gewesen sein ja quasi an der Wand wobei das rund ist hier das war eine runde Wand für ein Iglu genau für ein Iglu ein Iglu Kleiderhaken ein Iglu Kleiderhaken Feierabend das ist so elend warm war eine schöne Runde erfolgreich Philipp Gold ist Silber Münzen Knoppe war von allem ein bisschen was dabei und wir sehen uns zur nächsten Runde ich weiß nicht wird bestimmt ein Urlaub kommt noch dazwischen aber ich hab noch ein paar Videos da bis später Mal kurz was